die so hohen oder Böse so sind die zwei mit unserem fröhlichen Päuber verkloppen j weil ich noch mal machen steht auf meiner zu-do-lust ganz oben alle hinwann scharf ich hab's genau gesehen genau habe ich gesehen diese schaffe kommt immer von mir und springt gegen die baum damit ich es kloppen kann damit dann auf einmal so ganz blitz ach das ist ein schwein ne geile schaf kann man von hier aus vielleicht kohle urten ich brauche mal ein bisschen mehr ne aua scheibenkleister hier ist keine kein Block Kohle so dann machen wir mal weiter jetzt kommt der fröhliche Berganstieg zack 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 wie komme ich jetzt hier weiter hoch zack ja wow ja ich ich bin professioneller Bergsteiger hier ne ja professionell so hoa so zack 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 ja ja, lalalalalala lalalalala lalalalalala jo, was habe ich nie eigentlich noch so für Musik hmm hm was könnte ich denn mal anmachen was nicht allzu sehr auf Nerven geht habe ich da so was was nicht das Gehirn von Nerven raus krühe lässt Prozent Prozent die ich glaube ich habe keine gute Musik auf meinem Rechner hahaha laufen wir mal weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und dann machen wir mal unser Treusel blablablablabla so aber ich muss hier noch den ganzen Fehler rausmachen äh böses Minecraft zack zack n warum macht das immer so viele Fehler das liegt bestimmt nur an dem Spiel nicht an mir nein das liegt nicht an mir ach das sagt doch mal einer dass hier noch alles auf ist warum höch' ich denn ich glaube das ist ja zu laut so dann nehmen wir mal weiter auf juhu ich hoffe das ist ja auch nicht gerade alles zu laut ich glaube diese Klopp-Geräusche von dem Kloppen ist lauter als ich boah es geht mir gerade voll auf den Sack hm es geht mir gerade echt voll auf das Pissloch ah ne ist genau das gleiche das ist gut das ist gut haben wir schon zehnmal gehört so so was was will ich denn hier gerade oh ich sollte mir auch mal ein paar Sachen kraften ich glaube ich krafte mir jetzt eine Schaufel oh oh ich hasse das das hängt meine Musik hängt gerade zack zack so eine tolle Schaufel als Schaufel was ist mir gerade zu laut dann warum hängt denn die Musik so so ihr seht ja schon was ich machen will ne ich will den Boden mit Alt Minium auskleiden so ach die Musik schlecht geht das ja ja ich höre jetzt gerade gar keine Musik hallo aha da kommt die Musik hakt jetzt gerade mein Media Player tolles gehen guckt euch mein Skin an ich muss mal kurz was machen jetzt gehts wieder zack zack ich hab zack ges- zack 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 so ähm zack 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 z Ich soll die allein mal ein bisschen mehr bepflanzen. Da können mich diese ganzen Star-Konig sehen. Ich hoffe, man hört mich eigentlich, weil ich glaube, die Musik ist einfach zu laut dafür. Ach, ich brauche... Was brauche ich denn jetzt? Ich glaube, ich brauche irgendwas. Ja, ich brauche Kohle. Ohne muss nix los. Ah ja, scheiße. Ich kann jetzt Tickies mehr. Muss ich jetzt so loslaufen? Scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Videos immer sind. Ich achte gar nicht mehr auf die Uhrzeit. Das Lied ist von Death Punk, wenn man das so hört. Oh, Kohle, 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 Kohle. Zack, zack, zack. Los, mach hin, ey. Ich will hoch. Ich brauche Kohle. Ich habe keine mehr. Zack. Schön reinhauen. Bitte, kann ich ja... Ja! Ich kann Kohle einsammeln. Ich nehme vorsichtig, habe jetzt doch mal drei Kabels zu uns mit. Ja, ich kann ja... Ja, ich kann ja... Ja, ich kann ja... Ja, ich kann ja... Ja, ich kann ja...